Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Für die Installation von Windows, egal ob Komplettinstallation oder dem Upgrade einer älteren Version, benötigt man eine Quelle für die Installation. Das ist in den meisten Fällen ein USB-Stick, der mit einem speziellen Programm aus einer ISO-Datei erstellt wird. Eines dieser Programme ist Rufus. Neben dem einfachen Erstellen eines solchen Installationsdatenträgers bietet Rufus noch ein paar weitere sehr interessante Features. Beispielsweise lässt sich der Installationsdatenträger so erstellen, dass bei einer späteren Installation zum Beispiel die Systemanforderungen umgangen werden. Wie man einen solchen Installationsdatenträger mit Hilfe von Rufus erstellt, schauen wir uns jetzt an. Viel Spaß. Als erstes müssen wir Rufus herunterladen. Hierzu öffnen wir unseren Browser und navigieren zu folgender Seite. Den Link findet ihr auch in der Videobeschreibung. Hier erhalten wir ein paar grundlegende Informationen zu Rufus. Scrollen wir etwas nach unten, gelangen wir in den Download-Bereich. Hier müssen wir uns für eine Version entscheiden. Sofern keine besonderen Ansprüche bestehen, ist Standard hier die empfohlene Version. Wir laden die Datei herunter und können diese direkt ausführen. Eine Installation von Rufus ist nicht notwendig. Beim ersten Start fragt Rufus, ob wir auf neuere Versionen prüfen möchten. Hier empfehle ich, Ja zu wählen, da es in den letzten Versionen immer wieder zu Problemen mit dem Download-Button kam, wenn man die automatische Suche deaktiviert hatte. Die Oberfläche von Rufus sieht so aus. Im Grunde recht übersichtlich. Um jetzt einen USB-Installationsdatenträger zu erstellen, müssen wir zunächst den gewünschten USB-Stick auswählen. Das geschieht über das Feld Laufwerk. Falls ihr hier mehrere zur Auswahl habt, dann achtet darauf, dass ihr den richtigen wählt. Rufus wird den hier ausgewählten USB-Stick später formatieren und dabei alle Daten darauf löschen. Das Feld Startart sollte auf Laufwerk oder ISO-Image eingestellt sein. Als nächstes kommt die Auswahl, ob wir eine ISO-Datei von der Festplatte auswählen oder eine bestimmte Version herunterladen möchten. Für den Fall, dass ihr eine solche ISO-Datei schon habt, wählt ihr hier einfach Auswahl und dann die entsprechende ISO-Datei. Wir verwenden hier aber die Schaltfläche Download, um eine aktuelle Version herunterzuladen. Nach einem Klick auf Download öffnet sich ein kleiner Assistent, der uns bei der Auswahl der richtigen ISO-Datei hilft. Zunächst bestimmen wir, welche Windows-Version wir herunterladen möchten. Hier können wir verschiedene Versionen auswählen. In unserem Fall ist es Windows 11. Als nächstes wählen wir den Release aus. Hier sollte immer die neueste Version ausgewählt sein. Im Zweifelsfall einfach die Versionsnummern vergleichen und die neuere auswählen. Danach können wir die Edition wählen. Bei Windows 11 sind alle Editionen in einer ISO-Datei enthalten, sodass wir die Auswahl einfach so übernehmen können. Welche Version ihr später installiert, könnt ihr entweder auswählen oder sie wird durch den eingegebenen Produktschlüssel bestimmt. Bei einem einfachen Upgrade spielt das sowieso keine Rolle. Zur Auswahl der Sprache gibt es nicht viel zu sagen. In meinem Fall ist das Deutsch. Die Architektur können wir ebenfalls so belassen, da Windows 11 nur als 64-Bit-Version existiert. Nachdem wir diese Einstellung soweit vorgenommen haben, klicken wir auf Download und wählen das Ziel für die ISO-Datei. Wo ihr die Datei speichert, ist letztendlich egal. Rufus wählt die Datei im Anschluss automatisch aus. Der Download beginnt und kann je nach Geschwindigkeit der Internetverbindung eine Weile dauern. Nach dem Download verändert sich das Rufus-Fenster ein wenig und zeigt noch weitere Optionen an. Unter Image-Eigenschaft können wir zwischen Standard-Windows-Installation und Windows-To-Go wählen. Hier ist im Normalfall die Standard-Windows-Installation zu wählen. Unter Partitionsschema wählen wir zwischen MBR und GPT. GPT ist der neuere und fortschrittlichere Partitionsstil. Die meisten mehr oder weniger aktuellen PCs besitzen ein UEFI, sodass hier GPT gewählt werden sollte. Ob das System im UEFI-Modus bootet, können wir über die Systeminformationen nachschauen. Hierzu auf Start klicken und Systeminformationen eingeben. Wenn hier in der rechten Fensterhälfte hinter BIOS-Modus UEFI steht, dann benutzt bei der Auswahl in Rufus entsprechend GPT als Partitionsschema und als Zielsystem UEFI. Falls hier etwas anderes steht, dann benutzt als Partitionsschema MBR und als Zielsystem BIOS bzw. UEFI mit CSM. Bei CSM handelt es sich um einen Kompatibilitätsmodus, mit dem ein UEFI im BIOS-Modus starten kann. Die Laufwerksbezeichnung können wir belassen, wie sie ist oder auf Wunsch einfach anpassen. Ich gebe hier passenderweise Windows 11 ein. Dateisystem und Größe der Zuordnungseinheiten belassen wir, wie sie sind, also NTFS und 4K. Wenn ihr mehr zum Thema Zuordnungseinheiten wissen möchtet, empfehle ich euch das Video, welches ich euch im Infobereich einblende. Unter Erweiterte Formatierungsoptionen finden wir lediglich ein paar Standardeinstellungen für die Formatierung. Diese können wir so belassen, wie sie sind. Das war es mit den Einstellungen. Mit einem Klick auf Start geht es fast los. Es öffnet sich jetzt das Fenster Windows Benutzererfahrung. Hier können wir die zu Beginn erwähnten Einstellungen für die Umgehung der Systemanforderungen und mehr einstellen. Der erste Punkt, Anforderungen für 4 GB RAM, Secure Boot und TPM2 entfernen, legt fest, dass bei der späteren Verwendung des Installationsdatenträgers keine Systemanforderungen überprüft werden bzw. diese umgangen werden. Diese Option solltet ihr auf jeden Fall aktivieren, wenn ihr Windows 11 auf einem System mit nicht unterstützter Hardware installieren möchtet. Der nächste Punkt ist, Anforderungen für Online Microsoft-Konto entfernen. Über diese Option lässt sich Windows später auch ohne ein Microsoft-Konto und ohne Internetverbindung installieren. Möchtet ihr also Windows mit einem lokalen Konto installieren, dann setzt hier auf jeden Fall ein Häkchen. Die Option Ein lokales Benutzerkonto erstellen ist entsprechend benutzerspezifisch. Hier wird bei der späteren Installation automatisch ein Benutzerkonto mit dem hier vergebenen Namen erstellt. Der nächste Punkt, Regionale Optionen auf die gleichen Werte wie dieses Benutzers setzen, bewirkt, dass die spätere Installation mit diesem Datenträger automatisch die Sprache auswählt, die man hier gerade verwendet. Da diese Sprache auch schnell per Hand ausgewählt ist, sollte man diese Option einfach deaktiviert lassen. Datenerfassung deaktivieren dient dazu, die während einer Windows-Installation gestellten Fragen zum Datenschutz zu überspringen. Diese werden also automatisch mit Nein beantwortet. Das entspricht auch der typischen Installation, sodass die Aktivierung dieser Option auf jeden Fall sinnvoll ist. Der letzte Punkt ist Deaktivieren der automatischen BitLocker Laufwerksverschlüsselung. Ich persönlich deaktiviere das hier, da ich kein Fan von BitLocker bin. Das war's. Mit einem Klick auf OK erhalten wir noch eine abschließende Warnung, dass alle Daten auf dem USB-Stick gelöscht werden und sobald wir diese Warnung mit OK quittieren, geht es auch los. Hufus arbeitet jetzt eine Weile. Wie lange es genau dauert, hängt vom System und dem verwendeten USB-Stick ab. Am meisten aber vom USB-Stick. Wir müssen uns jetzt nicht den gesamten Vorgang anschauen, deshalb springen wir zum Ende des Erstellvorgangs. Das Ende erkennen wir an dem komplett ausgefüllten grünen Fortschrittsbalken und daran, dass die Start-Schaltfläche wieder aktiv ist. Fertig. Mit einem Klick auf Schließen beenden wir Hufus. Im Windows-Dateiexplorer sieht unser fertig erstellter Installationsdatenträger so aus. Für ein Upgrade von Windows 10 auf Windows 11 oder einem In-Place-Upgrade kann man hier einfach die Datei Setup-Exe ausführen. Das Setup startet ganz normal und man kann Windows installieren bzw. ein Upgrade durchführen. Durch die Einstellungen, die wir vorgenommen haben, auch auf nicht unterstützte Hardware. Und das war es auch schon wieder. Vergesst nicht, dieses Video zu liken, wenn es euch geholfen oder einfach nur gefallen hat. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.